Die Deadtide-Republik ist als Stimulant gegründet. Für uns war es ein Volksfest angesagt. Sicher haben die erwartet, dass man mit Kindern dort was spielt, was feiert. Wir wollten nicht feiern. Wir wollten was anderes. Demokratie! Demokratie! Ich hatte immer das Gefühl, Kommunisten, wenn sie einmal die Macht haben, geben diese Macht nicht aus der Hand. Das war nochmal die große Aufregung. Gibt es jetzt einen Schiedsbefehl? Auf den 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Die Welt der Deutschen Demokratischen Republik. Die Welt der Deutschen Demokratischen Republik.